So meine Freunde und hier bin ich wieder mit Super Smash Bros. Bro und es geht jetzt weiter von langer, ja, halt, halt, dass ich halt so lange gedauert habe mit Let's Plays von SSBB. Ja, jetzt geht's weiter, wo waren wir denn? Ich hab's völlig verplempert und vergessen. Ähm, hoppla, da war ich ja gerade. So, äh, Ruinenfahrt. Ganz genau. Jetzt kommen wir so, ah, dann haben wir's ja schon bald durch. Soviel ich weiß. Ah, ein Klurak und ein bisschen Samen. Äh, dieser Floor. Fehlt uns noch. Nein, dieser, dieser Knopf, genau so. So, okay, wir spielen erst einmal Pokémon ein. Lukas und am Pokémon Trainer. Und ja. Und dann geht's mal schon los. Auf zur Ruine. Und wir greifen schon mit Fähigkeiten an. Und was weiß ich noch sonst. Aua, Aua. Au, aua. Okay, so. Gehen wir einfach weiter. Ich hoffe, ich weiß noch die Steuerung, aber zumindest, weil es sich für springen geht und bewegen. Das ist schon mal das Wichtigste. Oha. Und, oh nein, oh nein, wie. Oh, okay. Versteh. Okay. Okay, jetzt kommen noch die Viecher. Die kennen wir aus, aus Ewigstumbo. Die sind bei der, äh, beim Link vollkommen. Also nicht bei der Link-Story, sondern halt beim Link-Dink. Ihr wischt schon, was ich meine. Oder? Ja, oder so. Oh, nee, oh nee, oh nee. Und meine Nase juckt, das mag ich ganz und gar nicht. Während ein Let's Blaze. So, und dann wieder unser Wunsch, haben wir den kaputt. Schön mit Zauberei. Und hier sind Sticker, den nehmen wir schön mit. Ich sollte auch die Sticker verwenden, weil ich glaube, das kann man hier machen. Und dann werden die Charakter stärker. Aber, naja, der verhaute schon. Mache ich alles Solo ohne Sticker. So. Im Moment habe ich schon Rennen verlernt. Wie das geht. Ah, so geht das. Okay, okay, okay. Okay, Aufzug. Ah, 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 ah. Und das sind wir schön. Äh, es sind wir schön. Und rüber mit uns. Und ich glaube, hier irgendwo gibt es einen Eingang. Oder so. Ein Secret. Ein Kleid. Weil Raum ist. Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt opfern, oder? Naja, schau mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier war. Ich glaube, ja, hier ist es gut. Gut, gut, gut. So, rein mit uns. Und. Na toll. Schon wieder sowas. Aber wir können uns nicht so machen. So, wir müssen uns durchkämpfen. Oder so. Und jetzt ist es eine Bombe. Oder ist es ein... Achso, es ist eine Trophäe. Okay. Auch gut. Ähm. Ich weiß nicht, was da hier noch alles gibt. Aber ich glaube... Ich glaube, das war es halt. Nein, doch nicht. Wow. Was kommt da noch alles? Okay. Ich denke... Desto höher man kommt, desto mehr Trophäen. Jetzt soll mal die richtigen Blöcke abschlagen. Ah, und das war was machen wir da. Das ist schon mal super. Nein, nicht den Block. Oh, ne, toll. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Das ist ja nicht weiter hoch. Mist. Okay. Kennen wir noch weiter hoch? Ja, klar geht es noch weiter hoch. Nein, es geht nicht. Okay, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Die Trophäen sind ja nicht so wichtig. Für was brauchen wir zu fehlen? Wir haben doch uns selbst. Bisschen glücklich. Nein, mal Scherz auf. Und hier. Das war knapp. Und hier ist eine Trophäe. Ah, die Blöcke hier runter. Ich denke schon. Was soll der Fall nach unten? Und wieso kann ich nicht trennen? Ich konnte nicht trennen. Und hier ist es Lava. Ah, toll. Wow, 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 wow. Ja, kennt sie Musik? Oh ja, ihr kennt sie ganz bestimmt. Ganz genau. Natürlich auch wieder von Super Mario. Und das passt doch richtig toll dazu. Feuer, Lava. Voll zu Poser. Autsch. Ich glaube, das ist von Super Mario. Ja, genau. Sonst kommt mir nichts anderes bekannt vor. Ah, lass mich in Ruhe. Ich will den Knopf mit dir liegen. Ach, lassen wir den Knopf einfach in Ruhe. Gehen wir einfach so weiter. Ich bin auch voll... Äh, ging im Mund gegen Feuer. Ich kann mich aufhalten. Ich bin... Luca. Aua. Habe ich ihm nun gesagt? Äh... Das ging da schon im Mund, ne? Was heißt das? Ich habe gar keine Ahnung. So, okay. Okay. Ein Pilz und ein bisschen Minis. So, da. Weg mit euch, ihr kleinen... Äh, Viecher da. Machen wir euch alle platt. Oh, da ist noch einer. So, einmal... Einmal da. Und einmal... Oh. Ah, na toll. Jetzt machen sie sich größer. Ist doch so klar. Wieso wollt ihr nicht jeden kleinere Kämpfen? So wie ich jetzt bin. Oh, ein Container. Und das brauche ich auch. So, ich muss sagen. Ich bin doch gar nicht mehr gestorben, oder? Wenn ich mich jetzt hab. Ja, dann bin ich echt gut, oder? Dann bin ich gut, oder Leute? Ich bin doch gut, oder? Bin ich gut, weil ich mich noch gar nicht mehr gestorben. Ja, so etwa. So, okay. Ich muss auch sagen, ist auch einfach gestellt, oder? Was auch einfach gestellt, oder? Ich hab gar keine Ahnung. Wie mal habe ich das mit euch eingestellt? So, meine Nase juckt. Ach, das nervt zu. So, okay. Okay, okay. Okay, runter mit euch. Ich hab Feuer, Feuer. Da toll, da schon wieder eins. Runter mit ihr. Ah, da gibt es zwar das, oder? Und jetzt müssen wir gleich da sein, zur Clurac. Glaube ich. Clurac. Mal hier vor uns. Mal das. Hä? 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 Wer ruft mich jetzt an? Wer ruft mich an? Ich will nicht gestört sein. Oh, Mann. Ich hab mich vergesst, mich beschäftigt zu machen. Moment, kurz. So. 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 So, ich sage. Naja, das ist halt so. Aber mein Foto ist ein schönes Bild, ne? Ist doch schön, Leute. Achso. Jetzt muss ich. Genau, ist doch ein schönes Bild. Ich bin nicht drauf. Ist ein Gegner drauf. Genau, ist ein schönes Bild. Ja, spreche ich mir. Nein, sicher nicht. Ich will so ein Bild nicht. Hier kann ich wieder zurückkommen. Jetzt los. Genau. Und hier seht ihr Schiggy. Yeah, der macht alle Platz. Die Schiggy Pokémon so powered in diesem Spiel. Ich mach sie nicht aus. Die sind halt stark. Und wir haben es. Wir haben es auf jeden Fall schaden. So, jetzt müssen wir noch diese Bälle schlagen. Ach, diese Bälle. Okay. Autsch. Und schlagen. Na gut. Wenn es jetzt nicht... Ups. Wir halten das nicht in Ruhe. So, ich kann auch Magie einsetzen. Oder was? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, das habe ich gleich. Äh. Dauert noch ein bisschen. Gleich habe ich. Oh Mann, diese Dinger. Die Nerven so. Okay. Da, weg mit dir. Ich will schnell sein. Ach, du. Uah. So. Aha. Man kann doch da oben sein, ich glaube. Genau so meinte ich das. Da kommt er wieder. Oh, da ist er. Gut. Okay. Man kann doch da oben sein. Oh Mist, ich wollte da oben sein. Ich glaube da oben gibt es dann auch irgendwas, wenn man... Nein doch. Ich glaube, okay. Auf jeden Fall glaube ich bei irgendeinem Level gibt es das. Ich bin mich sicher, aber auf jeden Fall. Da, 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 da. Was war das jetzt? Ich will draußen und schon ist es aus. Ich wollte doch weiterspielen. Was? Oh, da ist Mario. Oh, da ist Mario. nicht dass wir sie vor streichen steht doch Lucas ist so groß wie Vario die weg doch Vario entweder bin ich hier erwachsen oder du aber ich bin noch ein Kind oder so wie werde ich dann auch wenn ich groß erwachsen bin damit ich halt so viel größer zu und geh jetzt weg hör auf was ist ich ich muss das ist mein Fächer lass mein Fächer in Ruhe ja bis Vario weg mit dir raus aus meinem Haus das ging aber schnell schnell noch hinrennen und wir sind klein ja wo ich jetzt bloß erwischt schon wer Ness genau so heißt er oh mein Gott was war das war das Glurak oder war das keine Ahnung mehr so ah da ist Ness mit König DDD mitglied aber ich verstehe die sind jetzt bei König DDD Mitglied oder keine Ahnung was Ja, ist doch klar Ist doch klar Sofort am Peach checken Ja, genau Ich habe nicht gesucht Also wirklich Genauso wie Team Rocket So bei Pikachu Nur Pikachu Es gibt doch viel andere bessere Pokémons als Pikachu So, also gut Höhle Ja, und jetzt sehen wir wieder Alle versammelt Na gut, fast alle Okay, wir spielen erster Mario Link Pet Kirby Yoshi Und ja, er geht schon los Den, den, den Oh man, da hätte ich jetzt links nehmen sollen Weil das ist die Link Musik Die Musik ist auf jeden Fall verlinkt Das weiß ich Glaube ich Ist ja von Link Ich hab gar keine Ahnung Oh, das geht runter Oder vielleicht auch nicht passt richtig zu Mario Das sind die Gumbas Und Coopers Nicht zu vergessen Und Hammerbrüder Natürlich auch So weg mit euch Leute 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 Erstmal die Hammerbrüder Im Weg Weg schaffen Weg schaffen Weg schaffen Weg schaffen Nicht Weg schaffen So Und Ah, da ist ja noch einer Der lebt ja noch Geh runter mit der Runter Gut so Hör auf Böse Böse So Dich jetzt nämlich Okay Muss man schnell runter Und schnell hier lang Und schnell Und hier muss man schnell hoch Wir fahren mal zerquetscht werden Und jetzt hier wieder runter Oh Oh Das will ich noch haben Oder vielleicht auch nicht So Link Schauen wir mal zu was Der alles zu kann Und Ah Oh Na Ja Okay, komm schon Ja, das war's mit Link So, es ist mir dran Nein Ja, schon besser Ich will das noch haben Zum Glück hat der Flügel So Weg mit dir Und rein in die Tür Und ja, jetzt sind wir da Da hat der Schlüssel Ah, da ist der Schlüssel Ich habe ihn gefunden Okay Keine Ahnung Was das für ein Rätsel war Aber Auf jeden Fall war er schwer So Den Klopf Ah Jetzt kommt Der düstere Rauch da Schnell hoch mit dir Flieg, Link Flieg 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 Ah, Link Ah, Link Flieg 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 Gut gemacht, Link Das reicht schon Für den Anfang Und hier sind wir oben Und hier sind wir oben Und hier kommen Gegner Werde sich das gedacht Die machen mich richtig fertig Runter mit euch Runter mit euch Runter mit euch Das ist meine Planke Fling Flieg 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 Schlag Schlag Okay so jetzt haben wir schon ganz nah dran bei aber auch böse weg weg mit ihr weg als ist der gas weg müssen wir einfach vorher wieder fliegt 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 da toll der gas ist wieder und wir haben es noch rechtzeitig geschafft die weg das ist ein schnitt okay ja klar ach so ich habe einen bogen nein das ist so ein spielchen Ok Jetzt sind wir Krabi Und ich muss das schnell anmachen Gut so So da So da So da Und so da Jetzt hier rüber Und jetzt hier Hier und jetzt Hier und jetzt Hier und jetzt Glaub ich es gut Achso das ist ja unser letztes Leben oder? Ich glaube schon Ja nein da kommt der Yoshi noch Aber ich glaube er wird nicht gezielt Naja egal Nein ich will da Ah gut So rein mit uns Das nehmen wir Und das nehmen wir auch Ok Und jetzt Jetzt haben wir es gleich geschafft Äh Und hier Und hier Ja hier sieht man schon die Jena Und hier ist das Ziel So So Und da rennt Bosa mit der Peach Oder mit die Peach So Und hier So 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 S ganz genau ganz genau was und jetzt habe ich heute rückt nicht schon wie eine bombe wieso immer bomben wieso immer und auch dazu zeitbomben wieso die bomben die sie doch kaum aufhaltbar besonders wenn sie zwei stunden was weiß ich dauern was zwei minuten also das minuten okay dann zwei minuten und gar nicht auf ja der freut sich schon richtig wenn alles meisterhand okay eine hand die ist böse leute die hand kann viele tricks also gut dann speichern und tatsächlich mal jesse und bis dann hier und ja bis zum nächsten fahrt